Der Yassin ist gut mit Schwung über Aus gekommen, ich habe einfach versucht zum Tor zu gehen und dann hat der Yassin da so eine schöne Flanke reingespielt und ich habe einfach versucht, die zu treffen und ins Tor zu hauen und zum Glück hat das gut geklappt. Vielen Dank.